Es ist aber mir selber aufgefallen, dass oft ist der Erste eigentlich der Beste, also wenn ich selber Omorans gemacht habe. Es war genau wie bei Banbaro, wo wir das mit der Morph-Axt gemacht haben. Aber beim ersten Versuch gleich zweieinhalb Minuten oder was, ach nee, irgendwie. Dreieinhalb Minuten. Dreieinhalb Minuten. Danach habe ich es oft so, dass oft beim ersten Versuch. Ich hatte letztens vergessen, ich muss einen Trutzmantel anziehen, bevor ich die Steine aufsammle, weil da habe ich Schleuderkapazität drauf. Das habe ich zuletzt vergessen gehabt. Das ist bei mir halt wichtig. Und bei mir ist halt auch die Höchstleistung nicht so gut getriggert. Diesmal. So, jetzt fliegt erstmal schön, da kann ich mich auf den Kopf machen. Ich mache schon vor Wundern. Oh gut, warte, 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 warte. Umso besser, da kann ich meine Axt aufladen. So, jetzt noch gegen der Wand draschen. Oh geil, da ist ein Zeichen gefallen. Oh geil, das war nicht. Das war grad neils. Das war grad echt gut. Oh, noch besser. Das ist mit der Wettbewerbung. Alter, das ist ja ein guter Start, ey. Genau richtig, die Blitzbombe. Gekau. Boah, genial. Alter, was ist denn hier los? Das Viech wird übel zerstört. Komm, schnell. Ups, zwei Schüsse. Hier rein. Oder so. Hier rein, komm, hier rein, hier rein. Ja. Das fällt um, wenn es hier reinläuft. Ja. Doch, nicht. Jetzt ist nur ne Pfanne anlegen. Wie ist das? Ja. Na komm. Das Fall ist gelegt. Na komm her. Jawohl, genau. Jawohl. Kannst du mal in den Kopf verwunden. Achso. Jetzt bin ich mal gespannt. Ah, das Ende war ein bisschen blöd. Das sah so komisch schon. Aber der Anfang, ey, der war richtig krank. Ach, nee. 3,36. Und was war das vorherige? Ach nee, das war Nagakuga, ja? Aber du weißt, das passt... Das war das andere nicht Nagakuga, 3 Minuten 10. Das Spiel passt sich aber zwei Spiele an, das ist das Problem. Mhm. Also du kannst nicht schneller sein. Ja, du bist eigentlich solo schon fast alles. Aber das 3 Minuten 10 war doch Nagakuga, oder? Ja. Ja. Ja, das weiß ich halt nicht, wie es geht. Das Problem. Ja, das war's. Vielen Dank.